hey leute und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal, heute schlafe ich auf meine kleine runde mario party auf dem cytoxin server und ich habe am anfang gleich erst mal eine 1 gewürfelt ich bin der harter skiller bin ich letzter nein ich bin vorletzter wow nice ist klar ich hoffe es kommt ein geiles game nicht so ein abfahrt game bitte und drachenflucht ja gut das geht noch also naja und so einfach mal durchrehen so richtig unfair die vorne sind ich bin einfach so runtergefallen dann gucken wir den anderen noch kurz zu ich mache aber einen kleinen cut wenn es fertig ist dann sehen wir uns gleich wieder so da sind wir wieder endlich haben wir das zu ende gespielt ich war natürlich so als siebzehnter der beste und ich würfel eine 5 endlich ich hab was gutes mal 5 reinschreiben ein bisschen abgehoben es gibt eh leute die haben so eine 6 oder eine 11 ja gut naja wo bin ich jetzt relativ weit hinten noch aber ich bin zwölf na gut zwölfter geht jetzt noch also ist so relativ in der mitte würde ich sagen nicht egal wolken quiz scheiße ich kenne die fragen aber ich bin einfach zu doof dafür ok go so wie viele blöcke kann ein kolben maximal verschieben 7 15 über 12 nein es waren zwölf ok der creeper entstand durch einen wurf eines schweines schweines bin ich mir ziemlich sicher ja nice easy so dritte frage wann fand die erste fußball wm statt alles klar 100 19 19 19 19 30 ja komm woran soll man sowas wissen ich habe auch gebannt wurde seit toxion gegründet ist das eigentlich ja ich hätte einfach dahin gehen müssen fuck man ich dachte erstes wäre 2013 Von welchem kommt der Spruch? Ich bin ein Berliner. Angela Merkel. Jetzt Mandela. Ich kümmere zu. Kennedy! Es war... Mann! Das ist doch nicht serious! Ich wollte gerade hingehen! Wann kam der Kommandant? Ach komm. Am Strom. Ich war einfach instant falsch. Na gut. Ich bin vierter? What? Alles klar. Gut. Und... Sechs. Nice. Sechs. Boom. Jetzt werden die Beaches gereckt. Jo. Alles. Alles klar. So. Wo bin ich jetzt? Zehnter. So einen weiten Vorsprung haben die gar nicht. Ja gut. Acht Felder bis zum ersten. Nein! Bowser! Bowser fällt? Werden nach vorne geworfen? Geil. Jetzt bin ich neunter. Läuft hart! Ich wusste nicht, dass man Bowser fällt nach vorne geworfen wird. Was ist das für ein Spiel jetzt? Oh fuck. Mini Survive Games. Oh no. Oh no. Fuck man. Ich hab keine Kiste. Lol. Hier war keine Kiste. No way. Okay. Alles klar. Dann bin ich so safe down. Ja. Zehn Sekunden. Nice. Oh Gott. Brustpanzer. Oh nice. 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 Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. I'm Lovers. Alles klar, dude. Läuft hart bei dir mit deinem Ping. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Garfield. Du wirst. Alle. All. All. Alles. Gleich. Meine Freunde. Alles klar. Alle. All. Alles klar. Ich bin raus. Ich bin raus. こう ecological fundraise Oh ganz ehrlich, Mann. So'n Sch Он. Aber er ist raus. Yes. Endlich. ganz ehrlich und bruce gesundheit dankeschön achterplatz alles klärchen ich habe eine 22 1 1 1 1 1 Ja 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 Hau raus Bruder So wo bin ich jetzt Ich bin 11 Cool Hallo Hi Ich bin Mario Hallo Hi Hi Was geht Hi 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 Wir spielen Freifall Nein Man kann ja nicht sowas wie Replika spielen Oder Reisen nach Jerusalem Ich kann mich halt hier neu aus Jep Ja alles klar Wie konnte ich den denn grad noch verkacken Okay Habe ich Nein Smurf Warum Es war close Sprint Nein Sprint Nein Nein Ich hatte den richtigen Weg Hin Zurück Nein 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 Man Ich traue mich immer zu früh um Habe ich das Gefühl Ja Alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Springt Oh oh Leute Alles klar Nein Da war ich einmal weit Das ist sehr lächerlich Und ich habe eine Ein fünf Nice 5 5 Guck ich habe eine Fünfe 2 3 so wo bin ich jetzt auf ich flieg nicht platz 10 der erste ist aber zehn felder von mir entfernt ich muss an den rand denn leute der rand ist op so wie bei get down als auch bei 10 ich konnte mich da noch retten der sprung war mal so knapp ich habe gar nicht mehr so viel platz ich bin schon dritter jetzt gehen wir langsam die option aus aber noch kann ich laufen boah jetzt wird's kritisch nein dg ah das war close good game das war knapp so eine chance aufzuholen vier und zweiter waffel drei sieben ok nice ein sieben müsste doch eigentlich relativ weit jetzt nach vorne gekommen sein wo bin ich da auf platz 8 9 die sind aber alle relativ so aneinander 20 außer der alle diese einem loben ist oder ich bin im mienenfeld ok ist ganz in ordnung aber auch nicht so mein favorit ich stimme hier hin alles klar erstmal explodiert ich war in der mitte eindeutig schon wieder alles klar ja komm finish doch einfach welches habe ich denn gerade berührt ich verstehe das nicht wie ich habe schon wieder nichts berührt es ist so nervig ich bin richtig weit gekommen ich bin richtig weit gekommen einfach nein hier gehen die dann eigentlich weg nein gehen sie nicht da графisch ich bin richtig ich bin ich auch nicht nirg du hast du ich nicht du hast du fakt будете Fünf. Immerhin. Hm, okay, mein Feld, äh, 19, dann hab ich 34. Mit meiner Fünf. Und ich bin Platz. Platz, 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 8. Oh, drei Felder nach vorne. Nice. Jetzt bin ich auf Platz 6. Der ist einfach, ja, der ist drei Felder, ja, die sind einfach drei Felder vom Ziel entfernt. Das ist so krank. Jump'n'Run. Sollen wir da einfach durch? Oh nein. Nein, nicht ernsthaft. Ja, hä, wahrscheinlich. Richtige Aslak-Teile hier. Alter. Ja, wahrscheinlich, Mann. Ja, nö. Nö. Ich bin drüber gesprungen. Es ist so nervig. Wie soll man das schaffen? Ja. Richtig Asi aber. Ha. 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 Nein. Oh. Nein, ich muss nicht ganz hinten anfangen. Das wäre immer richtig mies. Nein. Ja, ich hab's. Ich hab's. Ja. Oh, gut. Oh, Leute, die sind ja richtig schnell. Ja. Ja. GG. Nice. Ja, der, der finde ich doch eh. Der muss jetzt zwei Einsen würfeln. Ja, drei. Verkackt. Ja, nice. Jetzt kann ich maximal eine 6. Wow, ich krieg eine 1. Nice. Nice. Es ist so lächerlich. 10. Ja. GG. Ja. Haben gefinisht. Ja. Good game. Ich bin fünfter. Na gut. Na gut, Leute. Wenn's euch gefallen hat, lasst aber eine kleine, frische Bewertung da, wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, lasst ein Abo dann, Leute. Ich wünsch euch noch einen schönen Tag. Und tschüss.